Lass uns doch erst die Fotos machen und ich sag jetzt gleich an dieser Stelle wieder, wie immer, wir haben da auch parallel ein Video, das ist der hinterhältige Bait & Switch, weil ihr dürft jetzt, wenn ihr das nur hört, auf diese Shownotes gehen, da gibt es einen Link zu YouTube und da ist auf meinem Kanal nur der Fototeil hier, wo wir Sachen anschauen, auf Video und danach dürft ihr wieder hier weiterhören. Wenn ihr jetzt gerade Video schaut, dann denkt dran, es gibt vor und nach diesem Video noch ein Audio-Teil, der super spannend ist heute. Mit einer aberwitzig breiten Pointe, nicht zu vergessen. Aber die, die das gehört haben, die wissen darüber ja sowieso schon Bescheid. Das erste Bild kommt von? Martin. Martin, es heißt Ausgang. Ja, es ist ein relativ simples Bild, quadratisch praktisch gut. Das ist eine U-Bahn, wahrscheinlich in Berlin, oder? Ja, ich bin nicht sicher. Ja, die Kacheln könnten, also es könnte Berlin sein, ja. Das ist ein alter deutscher Bahnhof mit Kacheln an der Wand und Ausgang und Gleise 1 und 13 mit zwei Plakaten. Das ist eine sehr frontale, rechteckige, eine quadratische Komposition, alles schön parallel. Das Ganze übrigens mit Agentum gemacht, mit dem Slatums-Filter. Ja, super, super. Und das hat so eine Simpelheit, Einfachheit und irgendwie mag ich ja diesen alten Font, diese alte Schriftart, die sie da verwendet haben, wobei das G nicht mehr dazu passt. Das links unten, das ist ein anderes G als das von Ausgang. Warte mal, links unten, achso, das Gleise-G. Das Gleise-G ist falsch. Das ist aber ein sehr anderes G. Ja, ja, dann ist irgendwie die Schablone abangekommen. Das ist dann das G geklaut worden und dann neu ist ihm lenkt worden. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Was gibt es links von Frau zu Frau? Was ist das da? Das ist Bahnhofsmission. Links ein Poster von der Bahnhofsmission, rechts ein Poster für einen rauchfreien Bahnhof. Und eine Treppe. Ja, es ist einfach so. Ja, ich mag das. Also es ist so, ich habe, es gibt bei mir auch, ich glaube bei mir in Instagram habe ich das eine Zeit lang gemacht, dass ich auch so immer die Stationsnamen von Berliner Bahnhöfen fotografiert habe. Und das ist halt auch so ähnlich, weil das sind immer recht symmetrische Angelegenheiten, die man da hat. Und dann hast du rechts und links noch auf dem Boden noch so Lachen reinlaufen ins Bild von rechts und links. Das sieht schon, das hat schon sowas, ja, ich weiß auch nicht. Nee, das sind keine Lachen, das sind Aufkleber. Das sind das Aufkleber, okay. Das sind eher so Aufkleber, so hier lang laufen oder so ähnlich zum Schienenersatzverkehr. Also es sind so Schienenersatzverkehrsaufkleber, so sieht das aus. Auf jeden Fall hat das Bild für mich nicht nur irgendwie sieht es aus, sondern es hat auch einen Geruch für mich. Ja. So alte Bahnhofsunterführung mit allem, was dazu gehört. Das ist bei mir in dem Bild irgendwie drin. Aber ich komme ja auch aus der deutschen Kleinstadt, da war das auch irgendwie so, immer so. Ja, ich habe auch den typischen U-Bahn-Geruch, der Berliner U-Bahn hat einen ganz typischen Geruch. Ja. Interessanterweise im Westen einen ganz anderen als im Osten. Äh. Interessant. Auch ganz witzig. Interessant. Nächstes Bild ist von Michael. Und da musste ich erst mal so zwei, dreimal gucken, weil da war ich etwas, ähm, ja, da war ich, da habe ich ein bisschen gestutzt erst mal. Also was sehen wir? Wir sehen so ein Hochhaus, was von unten nach oben fotografiert ist. Hm. Ähm, das Ganze mit einer Langzeitbelichtung, also da siehst du die Wolken, die so ein bisschen verwischt sind, was sich übrigens dann schön in dem Hochhaus auch spiegelt. Ähm, aber fällt dir auf, dass dieses Haus oben so, das ist krumm, ne? Ähm, aber ist das, ist es wirklich krumm? Also da das tatsächlich perspektivisch nach oben, nach hinten weg verschwindet, kann das nicht die Linse sein, die das macht, sondern das muss das Haus sein. Oder das ist eine ganz abgefeimte Linse. Nee, das ist nicht die Linse. Und, äh, ich hab den dann mal losgegangen und, äh, hab mal geguckt, was das wohl sein könnte. Ähm, der hat es bei uns als, ähm, als Walkie-Talkie steht das drin. Und dann hab ich mal geguckt, Walkie-Talkie. Das ist in London. Genau, und bin dann mal bei London gelandet. Ähm, und das ist 20 Fenchurch Street, das ist ein Hochhaus, ähm, oh, sorry, ich muss kurz an die Tür. Sekunde. Jo. 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 Sorry, dass du da schneiden musst, ähm, kriegst du einen seamless Schnittpunkt von mir. Ähm, das ist 20 Fenchurch Street in London. Ja. Ja. Und das ist das, äh, in der City of London ein Hochhaus, was wegen seiner seltsamen Form als Walkie-Talkie oder auch als The Pint bezeichnet wird. Kenne ich sogar, ja. Kennte ich nicht, ja. Und, äh, ich frag mich, warum Walkie-Talkie, wahrscheinlich wegen den Linien drauf. Äh, puh, war eine gute Frage. Ist egal. Also es hat auf jeden Fall diesen Namen und das kippt tatsächlich, das ist tatsächlich so, hat so Rundungen und, ähm, ja. Hat auf jeden Fall, Michael, äh, hat, hat, hat mich da kurz irritiert, weil ich dachte, das darf nicht so einfach so wegkippen da oben. Ja, aber Walkie-Talkie, das ist es halt. Also das hat mich, äh, ja. Ja, kannte ich nicht, hab ich jetzt kennengelernt. Endlich wusste ich mal was. Sehr gut. Bravo, kriegst du ein Fleißbienchen. Und jetzt, äh, gibt es noch das letzte Bild, das ist von Kameraki. Und das ist bei dir um die, um die Ecke. Tempelhofer Feld. Tempelhofer Feld. Das ist, ja, da gibt's so eine, das ist die Skater-Ecke im Tempelhofer Feld. Richtig. Genau, da gibt's so eine, so eine Betonskater-Ecke mit, mit irgendwie so, wie nennt sich das denn, Hindernissen und Schrägen und Treppen und allem Möglichen. Genau, richtig, was man halt da so macht. Und, äh, das Ganze, äh, ich hab zuerst geschaut, weil das ist sehr, sehr grisselig, sehr. Ja, da ordentlich Rauschen draufgelegt. Ja, pass auf, also da steht hier Canon EOS 450D, aber unten in der Beschreibung steht Fomapan 400 at 800. Also ich vermute mal, das ist tatsächlich auf Fomapan 400 geschossen mit 800 als ISO. Das ist also gepusht so ein bisschen. Ja. Und hinterher halt abfotografiert und deshalb steht da die Digitalkamera drin. Mensch, da fällt mir ein, ich habe die Tage, warum bin ich denn da nicht draufgeklickt, irgendeine Werbung für irgendeine neue App, mit der du wirklich ratzfatz einfach negative abfotografierst und die zieht die automatisch gerade und macht dir davon ein digitales Positiv. Äh, gibt es, um Gottes Willen, wie heißt das? Habe ich, habe ich, habe ich, äh, sogar per Kickstarter begleitet, glaube ich, das Ding. Ich benutze es quasi aber nie, weil ich doch dann mit der Spiegelreflex dann fotografiere. Aber da gibt es eine App, die das relativ gut macht. Vor allem jetzt, vor allem jetzt, wenn du so eins von diesen fancy neuen iPhone 13 Pro oder höher hast, dann hast du ja diese, diese, äh, Weitwinkellinse, die auch, äh, Makro macht. Bis zu zwei Zentimeter entfernt. Es gibt noch, es gibt schon wieder einen Grund, dass ich mir ein neues iPhone, das ist doch auch nicht in Ordnung. Nee, ich will da jetzt auch keins verkaufen, braucht kein Mensch, ich habe auch noch, ich habe auch noch meinen Elfer. Ich habe auch noch meinen Elfer und das ist super. Also, äh, Kamera-Key, Tempel-Oberfeld. Keiner guckt in die Kamera, also keiner guckt in Richtung des Fotografen, das finde ich ganz cool. Ich mag, ich weiß auch nicht, das hat so ein bisschen was von, von so manchem Cartier-Bresson-Bild, finde ich. Das, äh, du hast so, jeder, jeder auf dem Bild hat sein eigenes Plätzchen. Ja. Dann siehst du sofort. Jeder ist kurz davor, irgendwas zu machen, das ist ja Cartier-Bresson. Cartier-Bresson ist ja, der hat die Leute ja kurz bevor sie was tun immer fotografiert, habe ich jedenfalls so das Gefühl. Also, ich, und ich, ich versuche das mal so ein bisschen zu, zu, zu zerlegen in Einzelteile. Also, dass du vorne diesen Menschen mit seinem Skateboard stehen, der gerade sich an den Kopf fasst, warum auch immer. Ja, überlegt. Man sieht ja nur von hinten. Der wiederum wird eingefasst von, äh, von zwei Menschen, rechts und links, ganz hinten. Die sind also quasi, die, die stützen ihn da von rechts und links. Wenn du auf die rechte Seite des Bildes guckst, dann hast du zwei Leute, die als Silhouette schwarz, äh, mit dem Rücken zueinander sich da gerade bewegen. Die finde ich als Pärchen interessant. Links davon finde ich das Pärchen interessant aus dem Menschen mit dem weißen Hoodie und links davon der weiße Turm. Ja. Ne, weil das so eine ähnliche Form ist, so eine ähnliche Fährlichkeit. Die haben irgendwie für mich, äh, gehören die zusammen. Und alles hat so seinen Platz in dem Bild. Was ich ganz witzig finde, ist, ähm, ist ein schönes Bild. Aber dieses Bild, das habe ich schon hundertmal, wenn nicht fünfhundert oder tausendmal gesehen. Und zwar jedes Mal, wenn ich da mit dem Fahrrad dran vorbeifahre. Also das ist, das berührt mich irgendwie so gar nicht. Weil es bei dir halt verankert ist. Genau, genau. Das ist echt ein ganz lustiger, ganz lustiger Effekt dann. Aber da mal zu stehen und tatsächlich mal so einen Moment abzuwarten oder versuchen, so einen Moment abzupassen, in dem halt gerade alles irgendwie so in seinem Kästchen sitzt, ähm, finde ich, fände ich spannend. Mhm. Also das wäre eine gute Studie. Aber klar, das, was du kennst, wirst du natürlich mit anderen Augen betrachten als was, was für dich neu ist. Ja, klar. Das, das, das kitzelt an anderen Bereichen im Hirn. Ja, das waren die Bilder. Das ging ja schnell. Das ging heute. Zack, zack. Aber, äh, werft neue Bilder rein. Wir haben nämlich, äh, ja, also wir, wir können immer Bilder brauchen, sagen wir mal so. Ja, genau. Und, äh, die Chance, dass euer Bild hier besprochen wird, ist aktuell relativ hoch, weil wir relativ wenige Bilder gerade bekommen. Also, okay. Macht das mal. Ja. Link in den Schaden. Da fangen wir mit Fragen an, ne? Ich mach mal hier Stopp, Aufnahme, Video. Und, äh, der Rest dann wieder im Audio weiter.